Musik Riesenfreude für all die Arbeit, die wir hier im Team geleistet haben, meistens oder fast immer im Vorstand, dass es doch anerkannt ist und dass es immer wieder gerechtfertigt ist, dass man sich hier einsetzt. Das ist eine Riesenfreude. In den letzten paar Jahren ging es wieder stark rauf. Wir hatten jahrzehntelang eine sehr starke Elite, die internationale Erfolge waren, die zu den Top 5 auf der Welt gehört haben. Es gab ein bisschen Durchhängen, aber jetzt die Jungen sind äusserst erfolgreich. Ich glaube, in der Europameisterschaft vor 14 Tagen sind wir 15 Medaillen nach Hause gekommen. 2 Und 3 Untertitelung. BR 2018